Na alle zusammen, mich hier ist wieder heute da und schau euch wieder für euch in Battle for Assert unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder eine weitere Folge von meinem kleinen Gold-Tagebuch, wo ich euch so ein bisschen erzähle, wie ich mein Gold mache. Und zwar gucken wir uns da immer die letzten zwei vergangenen Wochen an. Und ja, ich muss sagen, diesmal war es nicht ganz so gut. Wir haben uns nämlich wieder ein bisschen was geleistet. Und ich würde sagen, wir gucken einmal als erstes in die Tabelle rein. Und zwar habe ich ja hier meine Gold-Tabelle, wo ich erst einmal so ein bisschen das wöchentlich gemacht habe. Mittlerweile machen wir es zweitwöchentlich, also in zwei Wochen Rhythmus. Und wir hatten das letzte Mal, waren wir bei 17,6 Millionen Gold. Zwei Millionen haben wir da gemacht, das war ganz okay. Und ich glaube, davor hatten wir ja hier 750, 7,5 Millionen ausgegeben. Und dann vor die Woche waren es 19 Millionen, also da ist schon einiges rausgegangen. Auch dieses Mal habe ich davor wieder einiges ausgegeben. Ich bin ja so ein bisschen dran, komplett alles in World of Warcraft zu sammeln und meine Sammlung zu kompletisieren, wo ich jetzt sehr, sehr nah dran bin tatsächlich schon. Und wir haben insgesamt ausgegeben, einmal, also zusammen sind es 12.600.000. Für was das war, seht ihr in einer anderen Videoreihe, und zwar in meiner Waste-of-Money-Videoreihe. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Da zeige ich immer, für was ich es ausgegeben habe. Diesmal verrate ich es nicht, also wenn es euch interessiert, könnt ihr da gerne auch reinschauen. Also wie gesagt, insgesamt waren es 12,6 Millionen. Ich habe auf dem Main-Account 260k rausgehauen und glatte 10 Millionen auf meinem 2-Account, wo ich mit meinen Berufen unterwegs bin. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich den 2-Account mit Berufen angerührt habe. Da habe ich ja immer nur kleine Beträge gemacht über die Zeit, aber dementsprechend stetige. Und da konnten wir jetzt mal 10 Millionen raushauen. Wo sind wir dann gestanden nach der Investition? Und zwar hier bei 4,3 Millionen, beim Main-Account nur noch bei 700k. Ich war fast pleite tatsächlich. Und dann waren es insgesamt 5 Millionen. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal rein, wo wir jetzt stehen. Und zwar habe ich bei meinem Main-Account jetzt 1,6 Millionen, also das ist hauptsächlich über Boosting-Angelegenheiten, wie zum Beispiel Vision Boosts oder auch Mount Boosts, die ich anbiete. Ich habe das jetzt übrigens auch im Discord drin, müsste auch unten irgendwo verlinkt sein, falls ihr da irgendwas an irgendwas Interesse habt, beziehungsweise ich habe da ja auch so eine Launch, wo das mit drin steht. Aber hauptsächlich Vision, Mount Boosts habe ich ein paar auch an den Mann gebracht, zum Beispiel die Biene und das Ashton-Fell-Mushan, solche Angelegenheiten. Ich muss aber leider sagen, Visions sind gerade so ein bisschen, ist gerade ein bisschen eine Flaute. Ich habe die erste von den beiden Wochen 4 Runs verkauft, a 150k, das war noch ganz gut. Und diese Woche tatsächlich noch keinen. Und ich vermute, dass ich mit dem Preis wieder ein bisschen runtergehen muss, weil halt einfach zu viel Konkurrenz da ist und dementsprechend die Kunstschaft so ein bisschen ausbleibt. Ich farme jetzt auch nicht mehr aktiv tatsächlich hier die Abzeichen. Ich habe jetzt hier 84.000 und hier 40.000. Ich habe sehr viel Arena auch gespielt. Und dementsprechend haben wir hier viele von diesen Echos. Und auch mit diesen kann man pro, ich glaube, 1.750 einen Run bestreiten. Das heißt, wenn wir jetzt gucken, 40.600 geteilt durch 1.750, dann sind das 23 Runs. Das sind auch nochmal 8. Also wir haben über 30 Runs, deswegen farme ich die Sachen nicht mehr. Und im Moment bleibt mir die Kundschaft, wie gesagt, so ein bisschen aus. Also wenn ihr auch Vision am Boosten seid, dann müsst ihr wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem Preis runtergehen. Also ihr findet irgendwo gute Kunden. Was ich in der Vision Booste, sind 5 Masken Runs halt, wo die Leute AFK am Anfang stehen bleiben können. Hat mir bis jetzt sehr viel Gold angebracht. Ich habe bestimmt schon in dem Add-on jetzt über 10 Millionen alleine über die Vision Boost gemacht. Genau. Heißt, über Boost haben wir jetzt nicht sonderlich viel gemacht. Die Differenz, was haben wir gesagt? Warte, ich muss nochmal reingucken. 700k waren es hier, also gerade mal eine halbe Million. Das ist halt tatsächlich nicht viel. Ich habe aber zusätzlich, was jetzt hier in dem Minusbetrag nicht drin ist, auch einiges für Transmog ausgegeben. Das sind immer mal hier 10.000, mal hier 15.000, 20.000. Ich tue nur die großen Investitionen quasi mit einberechnen. Heißt, die sind nicht drin. Ich bin ja hier gerade so ein bisschen dran, diese ganzen Transmog-Sachen zu sammeln. Und da kaufe ich mir auch ab und an was im Auktionshaus. So, jetzt gucken wir aber rein, was wir so über die Woche verdient haben. Und zwar fangen wir an mit MyMain. Das ist der Chart, der Schmied und Lederer hat. Und wir gucken mal rein, was wir im Postkasten haben. Hier haben wir 125 Maze und 100 werden angezeigt. 148.000, ja, nehmen wir mal raus. Das sind halt hier, seht ihr überwiegend Leder- und Schmiede-Items, die wir vertickt haben. Leider sind die Gewinnspannen hier relativ niedrig, weil ihr rechnen müsst, ein Item herzustellen. Kostet so 7.600, 7.800 Gold, manchmal auch 1.000, 1.200. Und viele Sachen verkaufe ich für um die 1.000 ein bisschen drüber. Manchmal kriegst du hier für 4, 5 K was verkauft, dann machst du dann schon ein bisschen Gold. Aber die meisten Sachen sind halt wirklich nur, ja, minimal in der Gewinnspanne, was ein bisschen schade ist. Also auf Antonidas ist der Markt dahingehend sehr umkämpft. Und dementsprechend sind die Preise auch niedrig. Deswegen solltet ihr auch in den Craft-Bereich einsteigen wollen, also heißt, diese 400er-Items, die ich jetzt hier verkaufe, also 400er-Item-Level bei zum Beispiel Schmiedekunst und Lederer, dann solltet ihr halt vorher checken, okay, lohnt sich das auf meinem Server überhaupt oder sind die Gewinnmargen da einfach zu gering. So, das packen wir jetzt auch noch alles raus. Und damit sind wir dann, 1,4 Millionen haben wir schon, 1,44, 1,44, 5 Millionen, das können wir gleich schon mal eintragen. 1,44, 5 Millionen haben wir jetzt hier. Da haben wir dann knappe 700k plus gemacht, was recht schlecht ist tatsächlich. Ehrlich, wie gesagt, diese Woche habe ich keine einzige Vision geboostet. Ich war sehr mit Arena-Spielen beschäftigt und mit Franz Mock spielen. Und, oder besser gesagt, er spielen. Machen wir das mal zu, das brauchen wir nämlich jetzt gerade nicht. Okay, da, ah ne, warte mal, das ist nicht der Endstand, sondern das ist der Endstand. 1,8 Millionen, das, ich habe ja noch ein paar andere Charts, wo ich ein bisschen Gold drauf habe, haben wir alle eingestellt. Musste ja das eintragen, 1,809, dann sieht es doch schon zumindest ein bisschen besser aus. So, haben wir uns ein bisschen über eine Million, das spielt. Das ist ja schon okay. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir auf den zweiten Account rein. Und zwar merken wir uns jetzt mal hier die Anfangszahl, 3,760. Die tun wir uns jetzt mal hier, 3,760 aufschreiben. Ihr seht, ich war ursprünglich hier an dem Bereich. Ich investiere aber auf den zweiten Account, weil der alle möglichen Berufe auf sehr vielen Servern hat. Auch einiges in Gold, also ich muss halt die Materialien kaufen, ich muss Expulsum schaffeln und so ein Zeug. Ab und an, ja, ich kaufe mir da auch mit dem zweiten Account auch Transmock. Also ich habe bestimmt auch schon wieder knappe 100k an Transmock ausgegeben. Aber das meiste ist tatsächlich Expulsum schaffeln. Und dementsprechend geht das ein bisschen runter. Also da muss man immer so ein bisschen gucken, was wir dann wirklich plus gemacht haben, abseits von dem Schaffeln. Gut, den ersten Char, wo wir jetzt gucken, ist mein Char, wo ich alle möglichen Sachen verkaufe von irgendwelchen Mats, die anfallen, auch über Transmock, die ich selber nicht brauche. Da sind jetzt schon mal 33.000 Gold drin. Ihr seht, das sind wirklich teilweise kleine Beträge. Das sind irgendwelche gummirige Flanke, irgendein Tigerfleisch, irgendein Mana-Partikel. Also das ist wirklich alles Mögliche, was wir hier drin haben. Aber auch das lohnt sich ins Auktionshaus zu schmeißen. Wenn ich das beim Händlervertick kriege ich halt so gut wie gar nichts. Und hier 33.000 haben oder nicht haben. Also ich nehme sie lieber mit, sagen wir es mal so. Und das kann ich euch jedem raten, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, auch alter Content, wo ihr irgendwelche Mats kriegt, haut die einfach alle ins AHA rein. Ihr macht da auf jeden Fall mit Gold, mit dem Zeug. Und auch hier, da haben wir irgendeine Nachbildung verkauft für 8.000. Oder hier irgendeinen Transmock für 3K. Wenn ihr das für 20 Gold beim Händler verkauft, kriegt ihr auf jeden Fall weniger. Transmock dauert zwar immer ein bisschen, aber vor allem das niedrigpreisigere, die so 2, 3K, die verkaufen sich schon über einen gewissen Zeitraum. Hier ist sogar nochmal 25K drin. Da haben wir so über 50K gemacht mit dem hier an Gammelzeug. Und dafür, dass es eigentlich nur so ein Mist ist, ist es okay. Aber ihr müsst zwar immer so ein bisschen mit einberechnen. Okay, ihr habt eine gewisse Zeit, die ihr braucht, um das Zeug reinzustellen. Also das ist natürlich auch ein Faktor, die Zeit. Aber, naja, 50K mitnehmen ist da auf jeden Fall die Zeit wert. Vor allem, ich habe jetzt auch ein bisschen Transmock-Items abgebaut, weil ich auch jetzt die Platten, die Ketten und die Stoffsachen, die ich nicht hatte, zu meinen Chars geschickt habe und die quasi mit denen dann benutzt habe. Okay, haben wir eingeheimst. 58.000, das ist jetzt nicht ein Highlight, aber ist okay fürs nebenbei mitnehmen. Dann würde ich mal sagen, logge ich weiter auf hier meinen Schneider-Char. Und das ist so ein bisschen mein Sorgenkind auf Antonidas. Beziehungsweise Schneider ist leider immer ein bisschen schlecht im Moment. Hat einfach so den Hintergrund, da der Stoff halt von jedem Spieler, auch wenn er keine bestimmten Berufe hat, erspielt werden kann. Der Stoff ist meistens relativ günstig. Und ich weiß nicht, es gibt einfach nicht so viele Leute, die so Schneider-Sachen haben wollen. Und dementsprechend ist eigentlich auf fast allen Servern, wo ich unterwegs bin, mit dem Beruf Schneider der Beruf, wo ich wirklich am wenigsten Gewinn mache. Und Antonidas ist dann nochmal eine besonders schlimme Geschichte, weil sogar schon Leder- und Schmiedeprodukte sehr, sehr tief im Preis sind und Schneider dann nochmal ein bisschen weiter hinabfällt. Und da verdienen wir leider fast gar nichts. Also da sieht es wirklich richtig, richtig schlecht aus bei Schneider. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich jetzt nochmal ein bisschen was verkauft hatte. Ich hatte ja vor ein paar Wochen auch mal versucht, Markt-Reset zu machen. Gut, 27k. Und jetzt versuche ich keine Markt-Reset mehr zu machen, sondern einfach nur die Produkte abzuverkaufen, dass ich sie los bin. Weil da einfach zu viele Leute im Markt sind, die auch wahrscheinlich ewig viele Items noch auf Lager haben und dementsprechend auch das einfach nur raushauen wollen. Da haben wir jetzt 27k gemacht. Und das ist nicht mal der Gewinn, sondern das ist Umsatz. Ich habe ja auch noch Herstellungskosten. Also Schneider auf Antonidas kann ich keinem empfehlen. Es gibt zum Beispiel auf Blackmore, da bin ich ja auch unterwegs, da ist es so, sieht es ähnlich aus, nicht ganz so schlimm wie auf Antonidas. Und auf Ereda habe ich heute was reingestellt, da hatte ich jetzt eine Weile keine Stoffsachen drin. Da sind die Preise sogar, also die sind nicht gut, aber sie sind einigermaßen okay, würde ich jetzt mal behaupten. Naja, liegt vielleicht auch daran, ich habe da jetzt irgendwie eine Woche, zwei Wochen nichts eingestellt. Ich hatte kein Expulsum mehr und hatte zu viele andere Charts, wo ich nur Expulsum schaffeln musste, weil ich das ein bisschen vernachlässigt habe in letzter Zeit. Und dementsprechend war ich jetzt aus dem Markt raus. Da hat sich wahrscheinlich der Markt auch ein bisschen erholt. Das ist auch halt immer so eine Strategie, die man mal verfolgen kann, wenn die Preise zu niedrig sind. Wenn dann, man geht aktiv rein und sagt, okay, ich kaufe alles raus und versuche es zu resetten. Kann klappen oder kann auch nicht klappen. Bei mir hat es schon mal geklappt, aber auch schon mal nicht geklappt. Also man kann da auch auf die Schnauze fliegen. Oder man geht einfach aus dem Markt raus und sagt, man lässt es jetzt mal eine Weile gut sein und guckt dann weiter. So, hier haben wir jetzt einen Char, wo ich Inji-Sachen verkaufe. Und ihr seht, da haben wir 79k gemacht, das ist ganz gut. Hier haben wir teilweise sogar, also dasselbe Item am Anfang des Zwei-Wochen-Zeit-Zyklus, haben wir es für 1,7k verkauft. Und dann ist anscheinend der Preis gut hochgegangen. Dann haben wir die Dinge auf einmal für 6k, 5k verkauft. Und die Herstellkosten sind wahrscheinlich von dem Gegenstand, ich schätze mal irgendwas zwischen 500 bis 1000 Gold, schätze ich mal. Wir können jetzt einfach mal aus Interesse reingucken. Hier sind die Herstellkosten, naja, ich sage ja, 500 bis 1000 Gold. Hier Herstellkosten sind 963. Es ist ein bisschen hochgegriffen, weil ich einen fiktiven Preis für Expulsum angegeben habe. Ich meine hier 200 oder 250 Gold, das ist ein bisschen mehr, das ich vor allem nur dann produziere, wenn es wirklich sich lohnt. Also da haben wir einen guten Gewinn gemacht, da kann man nichts sagen. Wenn ich es für über 1000 Gold verkauft habe, dann habe ich Gewinn gemacht. Und hier haben wir halt 700 Gold Gewinn gemacht und hier haben wir halt 5000 Gold pro Stück Gewinn gemacht. Also da lohnt sich das tatsächlich dann schon. Das packen wir jetzt mal alles raus. Und ja, so langsam seht ihr, durch die Sachen hole ich die Investitionskosten wieder rein. Und die Investitionskosten sind für vier Servern. Also das ist jetzt der erste von vier. Und ja, schau mal, hier haben wir sogar ein paar Transmog-Teile, die ich wieder rübergeschickt habe. Die lernen wir ganz schnell, dass wir sie auch gleich verkaufen können. Ich bin ja eigentlich immer so ein bisschen messy, was das Inventar angeht und versuche jetzt mittlerweile die einigermaßen clean zu halten. Vor allem bei den Verkaufs-Charts, dass wir sie clean halten, weil man dann einfach die Problematik irgendwann kriegt. Zumindest ich mache es so, das ist mein zweiter Account. Ich spiele auf dem ersten Account meistens und mit den zweiten Accounts, wo ich dann über TSM die Verkäufe tätige, drücke ich halt einfach nur nebenbei so durch und schaue gar nicht ran. Und wenn ich meine Transmog-Sachen hinschicke, dann verkaufe ich die versehentlich. Deswegen immer gleich lernen, Inventar freikriegen. Nicht, dass man versehentlich, wenn ihr jetzt auch so Addons benutzt, wie zum Beispiel TSM, versehentlich das Zeug wieder ins Auktionshaus haut, was ihr vielleicht nicht verkaufen wollt. Das ist mir leider schon mit dem einen oder anderen Item passiert und manchmal stimmen dann die Preissources nicht ganz und dann haut man vielleicht was zu günstig rein. Ich hatte da mal ein Problem mit TSM. Da hat es mir Waffen im Wert von, also es waren so Schmiede-Items, die ich hergestellt habe, die wären so Marktwert irgendwas zwischen 100, also zusammen wahrscheinlich irgendwas zwischen 100 bis 200k Wert gewesen und ich habe sie halt, ja, weiß ich nicht, für zusammen 1000 Gold verkauft. Die waren halt instant weg, ne? Da hat jemand reingesnipet. Das war halt bitter. So, auch hier haben wir wieder Transmog-Items rübergeschickt von meinen Raubzügen. Die lernen wir gleich, dass wir da sie dann wegpacken können. Habe ich das eine jetzt gerade echt weg... Warte, ich habe das versehentlich weggeschmissen, oder? Oh no! Na gut, das sind irgendwelche Greens. Das ist jetzt nicht so wild. So, dann gucken wir aber rein, was wir jetzt hier verdient haben. Das ist mein Charme, mit dem stelle ich Inschriften-Sachen her, also sprich so Compendien. Das sind Trinkets. Und ja, auch so Schildhände sind das, was du hier herstellen kannst mit Inschriftenkunde. Das ist ganz okay. Da haben wir jetzt 82.000 verdient. Hatte ich auch schon wesentlich bessere Wochen. Hier, ab und an, seht ihr, da ist ein Trinket, eine Schildhand hier für 14.000 verkauft worden. Manchmal frage ich mich, warum die Leute sowas für eine Schildhand ausgeben. Aber gut, es ist halt ein 400er-Item-Level-Teil. Und auch hier seht ihr, ich habe relativ viele Tinten vorproduziert. Also da ist schon einiges investiert, was dann erst vielleicht in ein paar Wochen noch einen Gewinn bringen wird. Gut, da haben wir jetzt auch wieder ein bisschen Gold reingeholt. Es waren jetzt 88.000. Das kann sich sehen lassen. Aber wie gesagt, ich hatte halt hier mit den Berufen auch schon wesentlich bessere Wochen. Ich glaube, ich hatte mal Wochen, da habe ich 200.000, 300.000 verdient. Naja, die goldenen Zeiten sind leider vorbei. Das muss ich euch sagen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter auf Blackmore. Da ist mein Goldbestand leider extrem geschrumpft. Da habe ich, glaube ich, 5 Millionen. Also von den 10 Millionen, die ich auf den zweiten Account investiert habe, habe ich 5 Millionen auf Equin. Äh, nee, 5 Millionen auf Antonidas und 5 Millionen auf Blackmore gezahlt. Das Gold auf den anderen Servern habe ich jetzt mal unangetastet gelassen. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt habe ich noch vom Stream hier 10 Millionen Sachen offen, die mir Leute geschickt haben. Gut. Einmal da einloggen. Die Liste, was haben wir gesagt? 3,76 Millionen. Und der Unter- oder die Differenz sind etwa 600.000. Ja, mal gucken. Also die müssen wir auf jeden Fall rausholen, die Investitionskosten. Und ich hoffe, dass wir ein bisschen drüber liegen. Gut, dann sind wir jetzt auf Blackmore auf meinem Schneider und VZ-Char. Nee, das ist nicht Schneider, falsch. Das ist Inji und VZ-Char, so rum. Normalerweise habe ich VZ und Schneider immer gekoppelt. Dann kann, dann tue ich mir leichter mit dem Shuffeln. Aber hier ist es anders auf Blackmore. Liegt einfach dran, weil ich mit dem Char, weil das mal mein Main-Rate-Char war und da habe ich die Berufe halt schon vorgelevelt gehabt. Da habe ich es da ein bisschen anders gemacht. Aber auf den anderen Servern habe ich es tatsächlich immer so gehandhabt, weil mit dem Schneider kann ich Items herstellen und mit dem VZ-Char kann ich dann gleich für die blauen Sachen dissen. Und hier seht ihr, da haben wir auch ordentlich wieder Expulsum geschaffelt. Alleine der hat 600. Ein anderer Char hier auf dem Server hat auch nochmal 600 Expulsum. Das wäre einfach, warte mal, fliegen wir mal hoch, dass wir einfach ein bisschen was vorbereitet haben, um dementsprechend dann, wenn jetzt vielleicht ich viele Items herstellen will, dass ich dann nicht wieder erst zwei Stunden Expulsum schaffeln muss. Das ist einfach so ein bisschen diese Vorbereitung, die ist jetzt nicht so arg schlecht. Das Einzige ist, wenn ihr natürlich zu viel schaffelt und dann der Markt einbricht, bleibt ihr halt vielleicht so ein bisschen drauf sitzen. Und das Problem habe ich tatsächlich hier mit dem Main. Da habe ich mal 2500 Expulsum geschaffelt und dann sind leider so ein bisschen die Preise eingebrochen. Mittlerweile geht es schon wieder und ich konnte auch jetzt schon einiges aufbrauchen, aber ich dachte halt, dass ich da wesentlich mehr Gewinn rausschlagen kann. Aber mittlerweile, was haben wir denn? Oh, nur noch 800 Expulsum. Also bald haben wir sie aufgebraucht. Mir haben Leute gemeint, also deine so viele Expulsum, wie ich mal da geschaffelt habe, dass ich auf jeden Fall bis zum Ende vom Add-on hinkomme. Also dass ich nichts mehr schaffeln muss. Ich denke mal, das müsste mit dem Main hier noch ausgehen. Also dass wir da nichts mehr schaffeln müssen. Mit dem einen oder anderen Twink. Ich versuche jetzt mal, die meisten so auf 6-700 Expulsum hochzubringen in nächster Zeit. Dann habe ich wieder eine Weile Ruhe und muss nichts mehr schaffeln und kann mich quasi so ein bisschen zurücklegen. Weil alleine das Durchloggen der Chars dauert tatsächlich schon ein bisschen. Ihr seht, ich habe sehr, sehr lange Ladebalken. Das liegt aber leider daran, dass ich viele Add-ons drauf habe, die so Transmog-Sachen tracken oder halt auch meinen ganzen Account. Das ist so ein bisschen das Problem. Gut, das ist jetzt mein Schneider und Innschriftenkunde-Char. Mit dem haben wir jetzt 44K gemacht. Das haut mich jetzt tatsächlich auch eher weniger um. Aber auch mit dem haben wir einen Haufen Expulsum uns geholt und dementsprechend, ja, sind wir auf jeden Fall für die nächste Zeit gewappnet. Und wir haben sogar noch ein bisschen Stoff. Den muss ich dann wieder in Handgelenke verwandeln und, ja, in die dementsprechenden Char schicken. Gut, den haben wir auch. 44K hier wieder. Es schmerzt so ein bisschen. Ich war auf Blackmore. Habe ich ja seit Anfang an das Gold gespart, seit ich hier das mit den Berufen angefangen habe. Und da waren wir über 5 Millionen zuletzt. Und jetzt hier, oder wir waren fast bei 6, ne, 6 Millionen. Und jetzt haben wir ja die 5 ausgegeben. Das schmerzt halt schon. Das hat sich immer gut angefühlt, in den zweiten Server zu haben, wo man doch einen größeren Betrag hat. Weil ich sonst ja immer nur auf Antonidas viel Gold hatte und auf dem anderen Server halt mal ein paar 100K oder vielleicht mal eine Million. Und der Blackmore war so die einzige Ausnahme tatsächlich. Aber ich denke mal, bis zum Add-on Ende werden wir sicher noch mal ein bisschen was verkaufen können. Ich bin im Moment so ein bisschen im Belegen, da die 400er Items ja, auf vielen Servern leider nicht mehr den Gewinn abbringen, dass ich da so ein bisschen auf ältere Sachen gehe, vor allem auch auf Glyphen. Die sollen auch ganz gut gehen. Ich habe mir bei dem Char auf Antonidas tatsächlich auch schon mal ein paar Rezepte gefarmt und bin halt auch am überlegen, ob ich jetzt vielleicht auf den anderen Servern, wenn jetzt ein bisschen mehr Zeit ist, mal ein paar Rezepte hole und da schaue, dass ich damit ein bisschen in den Markt einsteige und ob da was geht. Gut, jetzt haben wir hier einmal den Schmiede- und Lederradschar. Da haben wir 93.000 im Postkasten. Das ist jetzt auch okay. Ab und an sind hier Sachen dabei. Hier sehen wir 7K mal 4K. Aber der Großteil liegt bis zwischen 1 und 2K leider. Leider, leider. Auch hier auf Blackmore. Und, aber zumindest Expulsum ist auf jeden Fall da. Da haben wir gestern und, ja, gestern und heute doch mal noch einiges geschaffelt gehabt. Gut, haben wir die... Ah, schade. Wir haben die... Die Millionen haben wir nicht ganz wieder gekriegt. Aber zumindest schon mal einen guten Teil. Jetzt fliegen wir mit dem auch oben rein, dass wir instant ausloggen können. Und dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes auf Equin. Da bin ich noch unterwegs. Und Ereda haben wir auch noch. Also zwei Server sind es noch, die wir offen haben. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht, ob wir im Plusbereich sind. Aber ich bin guter Dinge. Bis jetzt waren wir immer im Plusbereich. Ich habe zwar dieses Mal proportional mehr ausgegeben, denke ich mal, fürs Schaffeln beziehungsweise für die Materialien als die letzten Male. Letzten Male waren wir, glaube ich, immer im Dreh von 300, 400k. Jetzt sind es sogar 600k. Das habe ich jetzt pro Char so gemacht. Wahrscheinlich so um die... Im Schnitt wahrscheinlich so ein bisschen über 50k, vielleicht 60... Naja, so 50k im Schnitt, würde ich mal sagen. Und das sind halt... Wie viele Chars sind das? 3, 6, 12 müssten es sein. Dann müssten wir es eigentlich ziemlich genau haben. Ich glaube, es war ein bisschen über 50k. Aber, wie gesagt, selbst wenn wir das jetzt nur knapp erreichen, liegen wir ja dementsprechend trotzdem im Plusbereich, weil ich ja nicht alles ausgegeben habe, was ich jetzt investiert habe. Also ihr seht ja, ich habe einiges an Exposum noch rumliegen. Gut, dann schauen wir mal hier rein auf Equin jetzt. Das ist der Char. Und der ist jetzt mit Schneider und VZ ausgerüstet. Was haben wir da so verdient? Das ist eine magere Geschichte. 37k, aber wie gesagt, Schneider ist halt immer schlecht. Und hier verkaufen wir halt vor allem auch trübe Kristalle. Also das sind diese epischen Verzauberungs-Muds. Die kriege ich halt hauptsächlich auch vom Shufflen raus. Also die grünen, die packe ich ja zu einem Twink, wo ich dann Sachen herstellen will, um Exposum zu shufflen. Aber zumindest sind die Splitter hier mehr wert, sehe ich gerade. Auf den meisten Servern sind die blauen Splitter nur 10 Gold oder sogar unter 10 Gold. Hier auf Equin sind die blauen Splitter sogar noch 20 Gold wert. Das ist sogar einiges. Das ist sogar einiges. So, dann hier auf die Lana. Das müsste mein Schmied und Leder-Char sein. Was ich sehr empfehlen kann, was ich jetzt aber auch schon öfter gesagt habe, wenn ihr, ähm, wenn ihr auch das mit dem Shufflen machen wollt und euch sagt, okay, ich möchte jetzt nicht nur die Handgelenke herstellen und alle einfach shufflen, sondern die blauen auch entzaubern, macht, wenn ihr einen Verzauberer habt, der ein Skill von 150 hat, auf jeden Fall diese Questreihe, dass ihr hier dieses Zusatz-Item kriegt. Also sobald ihr 150er Skill habt, kriegt ihr ja bei jedem BFA-Beruf, ähm, ähm, ja, ne Berufs-Quest quasi. Und mit dieser Berufs-Quest kriegt man immer ein bestimmtes Item. Und beim VZ lohnt sich das tatsächlich, weil ihr dann wesentlich mehr Verzauberungs-Mats rauskriegt bei jeder Entzauberung, die ihr tätigt. Und zumal, ähm, ihr dann auch halt höhere Mats rauskriegt. Also aus grünen Items auch blaue Splitter und aus blauen Items auch Epic-Splitter. Heißt, wenn ihr diese, ähm, diese blauen Handgelenke, das kriegt ihr halt auch Epic-Splitter raus. Und das lohnt sich dann goldtechnisch tatsächlich. Also das solltet ihr auf jeden Fall machen. Die dauert auch nicht so lang, ne. Ihr müsst zwar dann einmal in eine Instanz rein, also ins Grundsteigeranwesen am Ende. Aber das könnt ihr auch NAC machen. Also da könnt ihr was mit dem letzten Gammeltwink machen. Meine Chars, die hier verkaufen, die sind auch alle richtig scheiß-equipped. So, dann haben wir jetzt hier, wie gesagt, Schmied und, ähm, Lederer. Und hier haben wir sogar einigermaßen was verdient. Ein bisschen über 100k sogar. Das nehmen wir gut mit. Das bessert die Statistik auf. Und auch ihr seht ja, Expulsum ist auf jeden Fall am Start. Ich versuche jetzt über die nächste Woche, ähm, bei jedem Chart, den ich habe, über die 600er Marke zu kommen oder vielleicht sogar 700. dass ich dann vielleicht mal bei allen so bis zum Add-on-Ende Ruhe habe. Hoffe ich zumindest. Und dass man uns dann noch auf andere Sachen konzentrieren kann. Aber wir werden sehen, wie es läuft mit Max-Pulsum-Schaffeln. Hängt auch immer davon ein bisschen ab, wie die, ähm, Preise von den Stoffen sind. Die sind ja auch von Server zu Server unterschiedlich. Und ich habe so die Devise, wenn die so bei 2 Gold oder ein bisschen über 2 Gold liegt, das ist so der Standardpreis. Bis 3 Gold bin ich eigentlich bereit, die zu kaufen. Wenn ich einen guten Gewinn rieche, also wenn quasi die 400 Items auf einem Server viel wert sind, dann kaufe ich sogar die Stoffe über 3 Gold pro Stück. Also ich habe es auch schon mal für 3,50 gekauft, wo auf Equin die, ähm, Preise für die 400 Items sehr hoch waren, wo du im Schnitt so ein Item für 4.000, 5.000 verkauft hast. Da, ähm, wenn dann die Herstellkosten ein bisschen höher sind, aber du hast quasi die Differenz zwischen Herstellkosten und Verkaufspreis, das ist halt hoch genug. Also der Gewinn steigt halt einfach relativ gut rauf, dann lohnt es sich halt auch, ein Expulsum halt für einen höheren Preis zu schaffen, ne. Aber im Moment, mh, mh, ich schaue, dass ich zwischen 2 und 3 Gold bleibe. Unter 2 Gold findest du selten was. Aber ich würde euch nicht raten, einen Stoff für 5 Gold oder mehr zu kaufen, weil dann muss, dann muss es schon sehr hoch sein, was ihr so ein Item verkaufen könnt. So. Jetzt haben wir hier noch meinen Inschriften und Injicha auf, ähm, Equin. Da gucken wir jetzt noch einmal alles durch. Und dann, ach ja, schau mal, auch hier habe ich mir einen Haufen Tränke noch geholt. Das ist halt das Hauptsächlich, was so teuer ist. Diese komischen Kräuter. Ich habe ja bei meinen ganzen Inschriften-Kunden-Charts, fällt mir das gerade wieder ein, habe ich hier diese Tränke vorbereitet, weil das halt immer übelst ätzend ist, wenn man die Tränke herstellen will und dann erst mal diese Tränke umwandeln. Da musst du nämlich dann einmal, äh, das Kraut aus dem Haar kaufen, das Kraut klein malen, dann musst du das Kraut wieder in Tränke verwandeln und du hast jedes Mal halt eine gewisse Zeit, ne, die du brauchst halt, um das umzuwandeln. Und wenn du das bei einem Paar machst, ist das kein Stress, aber wenn du halt ein paar Tausend herstellst, dann dauert das halt schon sehr, sehr lange, ne. Ich habe, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, dass das Herstellen der Tinten schneller wurde. Und, ähm, es liegt nicht daran, ob ich jetzt hier eine VZ oder nicht drauf habe. Also es gibt eine Handschuh-VZ, dass du schneller craften kannst und die habe ich mit diesen ganzen Charts mir auch drauf gemacht. Und wenn ihr viel craftet, dann macht es echt Sinn, die drauf zu machen. Ich glaube, das halbiert sogar fast die Zeit. Ähm, aber trotz Handschuh-VZ hat das relativ lange gedauert und gefühlt gehen die Tinten jetzt schneller herzustellen. Zumindest gefühlt, ne. Ich weiß nicht, ob Blizzard da wirklich was gemacht hat, aber es scheint zumindest so. Weil ich habe jetzt relativ viele hergestellt und die gingen gut durch. Wobei ihr diese Tinten auch wunderbar AFK herstellen könnt, weil ihr könnt einfach auf alle Herstellen machen und dann rattert der da halt ein paar Tausend Tinten durch, ne. Und dann kann man auch AFK gehen und irgendwas anderes machen da, weil das ist ganz dankbar. Und das ist auch dankbar, ich kann das auf dem Zweiter-Account machen, da muss ich nicht einmal draufklicken und kann das eine halbe, Dreiviertelstunde laufen lassen. Achso, das ist hier mein Char mit Schneider und VZ, der hat nichts oder nicht viel drin, das habe ich vorher alles rausgenommen. Liegt dran, ich hatte bei dem vergessen, einzustellen, dass er das Gold nicht rausnimmt, wenn ich die Post aufmache. Also da muss man immer bestimmte Haken rausnehmen. Das kann ich euch auch mal zeigen, fällt mir gerade so ein, falls ihr auch euer Zeug gestackt rausnehmen wollt. Wenn man jetzt hier am Standardinterfeit ist, dann muss man hier alle Auktionen erfolgreich quasi den Haken rausnehmen, dann lässt er das Gold quasi drin. Das habe ich aber bei dem Char vergessen gehabt, tatsächlich, und deswegen können wir da jetzt uns auch nichts angucken. Wir könnten theoretisch in die Verkaufsstatistik der letzten Woche von TSM reinschauen, aber ich, ja, das habe ich auch nicht so hundertprozentig drauf, wie wir das jetzt genau rausfiltern, deswegen lassen wir den einen Char jetzt halt einfach weg. Der hat aber sicher ein bisschen Gold auch gemacht. Wie viel, wissen wir nicht, aber ein bisschen was haben wir sicher mit dem auch noch gemacht. Zwei Chars haben wir jetzt noch, und zwar müssten wir jetzt noch meinen Schmiede- und Lederchar auf hier Eredar haben, und dann noch meinen Inji-Char. Inji und Inschriftenkunde müsste der letzte noch haben. Also ich habe es auf den neuen Servern die Berufe immer gleich gemacht, dass ich immer weiß, bei wem ich was habe, dann kann ich immer so ein bisschen abschätzen. Und vor allem, ich habe mittlerweile so ein Gefühl, okay, wo brauche ich am meisten Expulsum? Das ist meistens halt der Schmiede und Lederchar, weil da halt am meisten Items über den Tisch gehen. Schauen wir mal, was wir hier so verdient haben. 134k, 134k. mit 8.3 schon ein bisschen schwieriger geworden ist, einfach weil die Items teurer geworden sind. Also davor hast du ein bis zwei Expulsum pro Item gebraucht. Ich glaube, so das Maximum war mal drei. Und jetzt ist es so, du brauchst zwischen zwei und fünf Expulsum. Also die Items, die vorher zwei, drei gekostet haben, kosten halt jetzt fünf Expulsum. Und das ist halt schon eine gute Steigerung. Gut, 134.000. Jetzt haben wir noch einen Char. und dann schauen wir am Ende rein, ob wir trotz großer Investitionen noch im Plusbereich sind. Aber ich bin guter Ding. Jetzt haben wir ein paar Chars gehabt, die über 100k waren. Das müsste eigentlich gelangt haben. Und auch auf Ereda mausern wir uns langsam Richtung Millionen. Es ist ja noch nicht so lang her, dass ich auf den beiden Servern komplett neu angefangen habe. Also die Chars hatte ich vorher schon. Ich habe jetzt nicht mit die Chars hochgelevelt, sondern dass ich halt mit Berufen angefangen habe. Ich hatte, oder ich twink ja relativ viel, auch vor allem verbündete Völker. Und level die halt auf 120 und dann lasse ich die Chars halt so stehen. Also die haben keine Berufe, die haben kein Gear oder so. Die sind halt nur hochgelevelt für das Achievement, für die verbündeten Völker und dann halt eventuell für AD Chars. Also Möglichkeiten, Instanzen öfter zu laufen, um irgendwelche Sachen zu farmen, wie Mounds, die ich zum Glück jetzt alle habe. Aber jetzt sind wir gerade an Transmog dran und da ist es auch ganz praktisch, ein paar AD Chars zu haben. Oder dann halt auch die Chars zu nutzen, um Berufe loszulegen. Man könnte jetzt zum Beispiel sich auch mehrere gleiche Berufe nehmen und irgendwelche Mounds herstellen, wie zum Beispiel bei Inji, was ich mir auch schon überlegt habe. Aber ja, das ist halt immer ein bisschen eine Zeitfrage. Gut, dann schauen wir hier noch in den Briefkasten rein. Da haben wir auch nochmal 57.000 rein. Hier stelle ich auch Trinkets her und ich sehe gerade, die sind ziemlich günstig weggegangen. Das ist eigentlich, da habe ich wahrscheinlich sogar auf Minus gemacht. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, sehe ich gerade. Ah, okay, da muss ich mal meine Preistores angucken. Da muss ich, glaube ich, ein Minimum reinmachen. Also günstig möchte ich die eigentlich nicht verkaufen. Okay, das ist nicht gut. Wenn man die für unter 1000 Gold verkauft, ist das wahrscheinlich ein Verlustgeschäft. Jetzt muss ich mal gerade nochmal gucken. Ähm, Moment. Jetzt schauen wir mal hier rein. Das passiert halt auch, wenn man automatisch über TSM Sachen einstellt und dann, okay, wir haben Hashtagkosten 700 Gold. Ah, ja. Okay, der Preis ist hier natürlich schon sehr, sehr günstig auf dem Server, aber dennoch, dennoch war das, waren ein paar Sachen hier Verlust tatsächlich. Gut, okay, müssen wir mit leben, müssen wir das nächste Mal besser schauen. So, jetzt schauen wir mal, was wir overall haben. Ähm, 4,6, warte mal, haben wir jetzt alle drin? Genau, 4,614, 4,614, so, Dollar. Ähm, damit haben wir, das haben wir vorher aufgeschrieben, dass wir runter waren auf 3,7, dann haben wir jetzt quasi aus dem Postkasten ähm, 900k fast rausgezogen und aber abzüglich natürlich der Investitionen haben wir einen Plus von 100, 150, äh, 350k, ne, 250k gemacht, das ist jetzt nicht, nicht berauschend, aber wie gesagt, wir haben einen Haufen jetzt für die nächsten Wochen vorbereitet, das ist ganz gut. Ähm, Boosting lief leider die Woche auch nicht so gut oder die letzten zwei Wochen, es ist tatsächlich ein ziemlich magerer Gewinn, 1,3 Millionen, so schlecht waren wir schon länger nicht mehr, aber das dachte ich mir schon, weil Boosting ging nicht sonderlich viel, aber ja, dafür habe ich andere, andere Dinge die letzten Wochen erreicht und abgeschlossen, jetzt haben wir vielleicht dann demnächst wieder ein bisschen mehr Zeit, um ans Gold ranzugehen, aber über eine Million kann ich jetzt auch nicht motzen. Gut, ich hatte halt jetzt hier Wochen oder zwei Wochen Zeitraum, wo ich halt 6 Millionen, 5 Millionen verdient habe, das waren dann halt andere Geschichten, warte mal, das muss ich mal rausnehmen, weil 11 Millionen habe ich nicht gemacht, das war was wir über hatten, ist jetzt nicht so ein gutes Ergebnis, aber ich bin trotzdem zufrieden, wir sind jetzt dann wieder auf insgesamt 6,4 Millionen, was wir auf dem Account haben, auf das eine oder andere liebäugle ich noch was, vielleicht ein bisschen was kosten könnte, also ein bisschen Gold werden wir jetzt noch brauchen in BFA, aber so die großen, teure, also ganz teuren Punkte, die haben wir abgehandelt und vor allem auch für das eine oder andere Transmog-Item, was noch ein bisschen teurer wird, wird sicher noch ein bisschen was rausgehen, deswegen, ich werde auf jeden Fall am Gold dranbleiben und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht noch ein bisschen was anderes finden, was wir boosten können, um das eine oder andere Gold zu verdienen. Gut, das war es jetzt wieder für die 2 Wochen oder für den 2 Wochen Zeitraum, was ich so eingenommen habe. Wir sehen uns dann in der Videoserie, wieder in, ja, wie gesagt, 2 Wochen und schreibt mir gerne in die Kommentare, mit was ihr gerade zu Gold macht, ob ihr noch Ideen habt und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, euer Tela, bis dann, ciao! Ciao!